Hier sind hier neun Kirchen, das ist eine neue Schärfung, die Komfortquelle und die haben so eine Flasche jetzt, das ist die Hydregentflasche und ich werde euch gleich ein bisschen Infos dazu geben. Das hat eine Bedeutung, man muss das runternehmen. So das ist die Sicherung, die ist drin, die muss man abschrauben, das muss man abnehmen, denn hier ist eine Elektrolyse Verfahren wird hier gemacht, wo freier Wasserstoff produziert wird und ich zeige gleich, was ich meine. So wir haben es abgeschraubt, wichtig ist, da ist Wasser drin, das ist die Transportsicherung, das darf nie trocken sein. Hier findet der Prozess anreichend mit freiem Wasserstoff statt. Und schrauben wir die beiden zusammen. So jetzt sind die zusammen und hier hinten ist die Möglichkeit zum laden. Und das ist der ganz normale USB-Stick. Erstmal laden so circa drei Stunden. ce zur die Vielen Dank.